Was machst du? Ich weiß nicht. Es hat plötzlich... Wenn du rutschst runter... Nein! Weiter geht's. Ja. Neues Server. Hoffentlich mehr Glück. Lasst euch überraschen. Lasst euch... Gibt's das überhaupt noch? Ne, ne? Rudi Carell war das, ne? Ja, der lebt schon lange nicht mehr. Schon lange. Rudi Carell ist schon einige jährchen tot. War, glaub ich, eher schwer krank. Gute Rudi. Ja, es hat immer Spaß gemacht, die mir dazu zu schauen. Oh, ich hab einen Comet Knife dabei zum Hirsche, ja. Aber gut, dass ich jetzt nass werde, dann wird man immer so heiß. Gut, dass ich einen wasserdichten Rucksack habe. Weißt du, jetzt hab ich total die Orientierung verloren wegen dem Kick. Aber wenn diese Straße jetzt gleich eine Abbiegung... Äh ... Zweig... Zweig? Also ein rechts-links Wal hat. Und wir links gehen können. In einen Wald. Dann sind wir richtig. Ja, werden wir gleich sehen. Es geht schon mal an den Bäumen vorbei. Wie meine Zuschauer bemerken, habe ich jetzt eine andere Facecam. Die Speicherkarte von meiner Spiegelreflex war jetzt doch voll. Akku war leer und jetzt habe ich doch wieder den Kamcoder. Wie elegant ich durch dieses Stofftuch trinken kann. Ja. Und essen. Wie elegant du das machst, wie elegant ich dabei weiterrenne. Ja. HC. Invalid Name. Und es wird schon wieder auf. Mist. Und Hydrated ist schon wieder dunkel. Das ist doch nicht wahr. Warte mal kurz. Ja, ja. Und er renne ruhig weiter. Ich renne elegant an dir vorbei. Wie gut ich doch durch eine geschlossene Flasche trinken kann. Ach, wolltest du deine Wasserflasche eigentlich wieder haben? Ne, behalze. Ich habe noch zwei andere mit. Das ist okay. Okay. Warte mal, man kann doch Regen auffangen, ne? Warte mal kurz. Catch some rain. Tatsächlich. Und es sind fünf Prozent. Ey, das geht ja. Ich catche noch ein bisschen. Geht das nur mit der Kantine und mit anderen Flaschen auch? Warte, ich probiere es mal. Geht auch mit der Plastikflasche. Oh, da sind sogar acht Prozent. Und man kann Wasserflasche in die Kantine reinfüllen. Wie geil ist das denn? Das hat was. Das ist wieder cool. Oh, das fühlt sich aber ganz schnell. Ey, die Wasserflasche geht schneller, ne? Aber acht Prozent Wasserflasche sind fünf Prozent Kantinen. So, volle Wasserflasche. Ich mache mal eine Kantine wenigstens halbvoll. So, manchen kommen jetzt weiter. Was machst du da im Wald? Äh, unter dem Bau. Ich war soaked. Ja, das bist du auch unter der Tanne. So schnell entzogst du mich. Ja, aber es schützt ein bisschen. Was ist das toll, wenn du ein bisschen kalt wirst? Da, links. Oh, ich glaube, wir sind richtig. So, wenn die Straße jetzt nach ein paar Minuten so Schlangenlinienförmig und immer Schlangenlinienförmiger wird, dann sind wir auch richtig. Ja, ich bin mal gespannt, wo du uns hinfierst hier. Hoffentlich noch Cernaya Polana. Oh, ich weiß, wie ich die Filme tief im Urlaub mache. Bad Star Galactica hätte nicht mal zu Ende schauen. Hast du immer noch nicht geguckt? Ich bin bis zur dritten Staffel gekommen. Hat fünf, oder? Vier? Irgendwas. Vier Staffeln und, ähm, ja. Und drei Filme insgesamt. Ah. Oder waren es zwei Filme? Ich weiß nicht, äh, ich hab einen, äh, der heißt, äh... The Plan? The Plan, genau. Die anderen hab ich nicht. Ja, die waren dabei, bei mir. Und der eine Filme spielt zwischen, glaub ich, Staffel... Zwei und drei oder drei und vier. Aber bin ich erst bei Staffel zwei? Ich hab total einen Überblick verloren. Ja, ich hab mir damals erst The Plan gekauft, weil's der erste Film war. Und den fand ich so schlecht, da hab ich mir anderen gar nicht mehr geholt. Oh, ich fand's The Plan jetzt gar nicht sooo schlecht. Naja, aber schlechter im Vergleich zu der Serie. Er hat halt einen anderen Hintergrund, teilweise. Hui, Steine. Ja, pass auf. So, links sehen Sie Novo... 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 Mitrovsk. Oh, ich will jetzt nicht die Zickzack laufen, lass uns abkürzungen nehmen. Fall nirgends wo runter. Das ist nämlich hier voller Manjapan-Urlaub. Da gab's auch so Serpentinen in den Bergen. Und der Busfahrer, ey, der... Oh, der ist ja gefahren, ey. Tja, die können das. Ja. Ach ja, ein Waldspaziergang macht Spaß, ne? Nicht hier. Ich bin schon wieder nicht stuffed, das ist doch nicht wahr. Lass mich mal ganz kurz in Dose futtern. Ich schließe mich an. Irgendwie braucht er grad Unmengen an Kalorien. Ich hab halt nix mehr, ne? Wir können auch das Irrchen da unten plündern. Ich hab noch sechs... Oh, ne, ich hab nur sechs Dosen, seh ich grad, okay. Ja, ich hab nix mehr, sagt er da. Ich hab die kleinen Sardinen-Dosen nicht gesehen. Die sind so klein. So, ich wär soweit. Warte, ich hau mir grad noch in der Sardine rein. Na, iss schneller. Ja, auch die drei Sardinen. I-Git-Fisch. Hm, Fisch. Hatte lange keinen Fisch mehr. Boah. Fischstäbchen kochen. Braten, wie auch immer. Lutsch. Siroo. Äh, nee. Rohrfisch ist nicht so besonders gesund. Wie gemütlich ja die Dinger hier runter geht. Ich warte, der Truck ist weg. Mit Sicherheit ist der weg. So, hier geh mal links. Und die nächste dann rechts. Aber weil wir einfach so hier gleichquiffelt einkommen. Das ist kürzer. Links sehen sie Novo-Mitrovsk. Und viele, viele Bäume. Ja, Bäume. Ich seh den Wald nicht. Da sind so viele Bäume im Weg. Hast du denn schon einen Weihnachtsbaum? Ja, wir haben einen Weihnachtsbaum. Einen kleinen, halben Meter großen, künstlichen, den wir jedes Jahr benutzen. Schön. Ja. Habt ihr denn schon einen Baum? Das lohnt sich nicht. Die Katzen würden ihnen, sei es nur ein natürlicher oder ein künstlicher, sofort zerfleddern. Dann musst du den Katzen ein Santa-Herz anziehen. Dann sind sie lieb. Die Katzen, die kriegen alle wahr hier. Dann sind sie ruhig. Ach. Oh, nur noch fünf Tage arbeiten. Ja. Du hast ein Messer in der Hand. Was willst du? Du folgst mir und hast ein Messer in der Hand. Das finde ich nicht nett. Ich hab nicht weggesteckt, entschuldige. Jetzt will er die andere Waffe nicht wegstecken. Nein, jetzt geht er wieder zum Messer. Dein Charakter kann einfach nicht unbewaffnet. Tja. Wo der Trocken-Shanaya-Poyalala steht, kann ich dir nichts sagen. Laut der Map relativ am Anfang. Also hier irgendwo. Aber echt kein Plan, wo der hier steht. Aber hier sind auch schon die Türen offen. Da ist er verbrannt. Der kaputte. Naja, sieht schlecht aus, ne? Ja. Aber wir können nochmal den Ort ein bisschen abgrasen. Ja, der wird bestimmt nicht hier auf der Hauptstraße stehen. Der stand bestimmt auch elf, wenn ich am Anfang. Ne, du. Ja, sieht schlecht aus, ne? Wir biegen jetzt die nächste links ab und gehen. Ach, hier? Ne, wo sind wir? Ja, der mit den Garagen, ne? Ja, lass uns mal den Supermarkt halten machen. Ah, hier gibt's ja eine Feuerwache. Ich brauch immer noch ein Repair-Kit. Die ist irgendwo da vorne. Warte, das finden wir auch in Novo, in einem großen Haus. Im Rathaus. Einmal links. Da ist die Feuerwache da vorne. Es hängt an Daumen bei mir hier. Jetzt gibt's, naja, einigermaßen. Aber ich geh zum Supermarkt. Oh, Zombie. Und Leder-Repair-Kit ist hier. Aber wie schon. Zombie ist weg, der mir grad gefolgt ist. Hm. Ich glaube, der folgt mir jetzt. Guter Zombie. Schrotmoni, hast du noch ein Schroti? Nein, ich hab deine AK. Achso, stimmt. Und die du mir freundlicherweise dann gegeben hast. War ein fairer Tausch. Ja. Ich höre irgendwo nicht so, wenn ich mit der Pumpgun sehr, sehr, sehr zufrieden war. Klopfen. Klopfen. Hier ist nix mehr. So hat es so wohl mehr. Ich glaube, wir haben den Lootwitz-Born auch wieder weggemacht. Ja, wahrscheinlich ist auch gut. Das war ja übertrieben. Äh. So wie so Lüttwitz-Born wäre schon gar nicht mal schlecht. Dann würde ich sagen, auf nach Novo. Jo, ich gucke, was liegt denn hier? Oh, ein Taschenlapier ist immer ein Fresh Spawner. Ich wäre der unterwegs gewesen. Ja, wahrscheinlich in Novo gespawnt. Oh, das Rathaus ist aber echt weit weg. Äh, wo bist du eigentlich? Bei der Feuerwache hinten vorbei. Ah, warum echt zur Feuerwache? Äh, zum Rathaus. Erstmal würde ich, erst mal würde ich dir ein Licht finden, aber ich sehe dich nicht mehr. Feuerwache, hinter Feuerwache. Immer den Schüssen folgen. Ach, da steht er, da steht er. Da hinten ist irgendwo das Radar. Ich sehe es, ist aber weit weg. Wir laufen jetzt in... Links kommt ein Zombie. Lass ihn. Das hat uns gehört, durch den Regen. Dein Schuss. Ach was, den hört man nicht. Die Magnum ist leise. Mhm. Gibt es eine SD-Magnum? Hahaha. Erst mit der Magnum eine Schussfolge von 20 Schuss in eine Sekunde. Ja, warum nicht? Eine vollautomatische SD-Magnum. Ein Trommel-Magazin mit 30 Schuss. Hahaha. Nein, das geht ja gar nicht. Wenn, dann muss es so ein Ketten-Magazin sein. Ach, man kann alles bauen. Aber die Trommel kann ja nicht größer sein, sonst passt es ja nicht mehr in die Magnum rein. Da ist ja schon eine Trommel drin. Man kann alles bauen. Aber ich fände eine Magnum mit so einem Ketten-Magazin. Wie so ein automatisches Maschinengerät. Oh, wow. Du wolltest mich in den Tod mitziehen, ne? Ich habe dich nur gewarnt. Ach, das sieht doch sicher aus hier. Ich gehe da runter. Das ist bestimmt sicher. Es ist sicher, es ist sicher. Ich bilde mir ein, es ist sicher. Dann muss es auch sicher sein. Ah, ich hätte hier gut laufen. Nein. Es ist sicher. Jawohl. Ich bin auch noch nicht unten. Ich glaube, ich breche mir gleich alle Gräten. Ja, ich bin kurz davor, aber es geht noch. Hier sind unsichtbar und wenn, oh, es geht, es geht, es geht. Immer schön runterrutscht. Tot? Nein. Ja, ich habe alles gebrochen und bin tot. Ach, komm. Ja, you are dead. Was machst du? Ich weiß nicht. Ich rutsche runter, hat einen Schwung gehabt. Da bin ich geflogen. Du auch? Ja. Ich würde sagen, mit diesem Bildschirm binden wir die Aufnahme. Ja, ist auch ein guter Zeitpunkt. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.